So, los geht's. Ziel was soll man schon herkriegt? Jetzt brauchst du da nicht. Gutes Weißbier. Beim Springer hilft es eh nicht. Nein, nicht wirklich. Könnte aber halt eine gefährliche Mischung werden. Weißbier und Habanero Chips. Oh. Mit den Überreste von Kohl und... Oh Gott, nein, ich möchte es nicht wissen. Ich rühre jetzt einmal hoch. Einblick gesprochen, wenn man da neue Spots oder so noch freischübt. Jetzt müssen wir überhaupt hin. Mal schauen ins Journal. Jetzt sagt er die juckende Felder. Spießmander. Sollten wir noch finden. Woher? Warte mal. Jetzt schauen wir mal, ob das auch auf der Karte angezeigt wird. Was ist denn das? Blaue Partner. Jetzt wenn ihr noch wisstet. Weißt du noch, wo die waren da die Viecher, die das einrollen und dann auf dich zukommen? Nein. Da fängt der Vogel schon wieder zum Quietschen an. Ich glaube da war das. Mal schauen. Ich muss bloß eine Probe von denen nehmen. Ach, die zerbrochene Brücke oder? Ja, ich glaube schon. Das haben sie jetzt neu gemacht anscheinend, weil ich gleich automatisch mit teleportiert werde. Ach so. Aber wenn man das nicht möchte, hat man wieder Dorschkarten. Mhm. Kann ich dich wieder ärgern, indem ich irgendwo hingehe. Was war das da? Ich muss mal schauen. Na, mal schauen. Hehehe. Da ist Beschleunigungsstreifen am Bildschirmrand, wenn du da laufst. Echt? Ja. So dunkle. Ja, so Schwaden. Ach so, ja. Ja. Ich hab's dir gesagt. Ja, und das. Ach so. Hehehe. Nein. Haben wir da richtig jetzt? Nein. Ich glaube das war nicht das, was ich gemeint habe. Ich muss einmal die Chainschlags durchlesen. Ich glaube die Reichweite da haben sie auch erhöht, oder? Bei dem Greifen. Keiner haben. Ich glaube da haben wir nicht richtig. Das war grünes Land. Ja, glaube ich auch. Ich weiß, was passiert, wenn das Forschungsprojekt da abschließt. Mhm. Dann soll ich das Scanner-Profi da... Da haben wir irgendwas gefunden. Aber ich bin ja schon auf dem DLC gespann von Borderlands. Wie die Hochzeit wert. Ja, ja. Das war ein Schlimmes. Das kann nur gut werden. Mhm. Gucken wir das einmal. Fug das jetzt hin. Klippen des... irgendwas. Das nächste daneben. Klippen des Berges. Brauchen wir was rollendes finden. Ach, die Scheißviecher da, oder was? Ach... Pitch... ... pätsch... ...loks... ...schau mal mal... Ich glaube da war es aber auch nicht. Da haben wir eigentlich nur Bugs weggeguckt, ok, ja gut, wir haben 2 über 1 Gigabyte davon, aha, 1,6 oder so. Wo bist du? Mit Rückenkrater. Du kommst aber schon mal auf den Meter, oder was? Ich brauche die wieder hier. Jawoll, hier haben wir, haben wir. Verpasst. Jetzt müssen wir gerade noch von einem hohen Punkt irgendwie runterfallen. Oh nein, ich habe das Ding zu knüpfen. Ich muss erst um mich zu hören, wo du bist. So, dann packen wir irgendwie. Und der höchste Punkt. Schaut gut aus der Oma da eigentlich. Bist du irgendwo runtergepft, oder? Ja, beim Teleportbrunner habe ich gekupft. Nachdem ich die Probe nochmal habe. Ich warte einfach am Teleporter auf dich. Das kann noch ein wenig da sein. Ich bin nicht der zum höchsten Punkt irgendwie auf der Karte da. Naja, dort schauen wir, ich der bei Fettschluck so. Also, ich esse dir doch mal einfach. Man kann das, was. Komm schon an, was ich wieder verhäte. Nämlich spielen. Also, du kannst das Wasser nicht mehr. Für Forschungszwecke haben wir ein paar Fägel in die Luft gejagt. Ja, alles für die Forschung. Außerdem brauchen wir ja ein paar Ressourcen, oder? Die können nicht schon. Aluminium habe ich jetzt noch gefunden, schön. Geht es da hinein? So, ok. Frucht haben wir ja schon gegessen. Ich habe mal wieder abenteuerliche Strenge. Ja. Ich bin ja gespannt, ob wir ein paar Tierchen hören werden heute. Gut, ich habe mich zwar nicht gerettet, aber trotzdem Zeit. Ich bin sogar so blöd, dass ich nicht einmal mehr einen Teleporter finde. Ach, den muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen runtergefallen. Oh, ich bin ja fast hin. Nachdem ich wieder beim Vögelsprenger wieder selber in die Luft gejagt habe, ich auch. Ja. Du kannst es nicht lassen. Nein. Hier ist der Borderlands und hier wieder. Ja. Das zeigt sich wie ein roter Fahn durch. Wieso ist denn jetzt der Teleporter da? Ah, wenigstens an. Ach, da. Teleporter wieder gefunden. So. So. Your dedication to science and progress has paid off. Kinder has awarded you the rank of field explorer. New upgrades have been unlocked in the 3D printer. Ach so, feiern. Wow, haben sie echt müde gegeben. Aha. Neue Upgrades. Oh, wow. Ja, hat einiges los. Schauen wir mal. Zusätzlichen Schub. Für was? Fürs Jetpack da. In der Luft in Old Space. Ich glaube das ist nicht verkehrt, oder? Warte, was haben wir denn sonst noch? Nicht gesammelte Alienlegierungen anzeigen lassen. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Ihr gesagt den orangenen Schleimdetektor und den Springer, hm? Ja, das ist richtig schöne Sachen. Größerexpressionen braucht man nicht, Waffen braucht man ja nicht. Genau. Dann haue ich schon mal für den Rucksack rein, oder? Ah, warte mal. Muss nie wieder Beute verlieren. Geht das auch? Hm, okay. Ja, dann machen wir mal den Jetpack. Okay. Wuuuuh. Und was nehmen wir noch? Schleim oder Alien? Gibt auch, gibt nur Alien Schleim. Alien braucht zwei von den Dinger. Ja. Must. Zum Erfrosten-Zet. Aha. So, haben wir noch ein neues für einen Journal-Auftrag. Kindred Aerospace macht, hat seit 25 jähriges und eine Menge von Katastrophen, die wir können. Wenn wir nur noch versuchen, finden neue Planeten, können wir weiterentwickeln, ohnehin von Konzepten von Finalität oder Schmerz. Die Erde ist Finite. Die Universität ist Infinite. Deshalb ist es nicht nur eine Party für Kindred, sondern auch eine Party für Sie! Ich bin froh, dass wir in der vier größten Firma haben. Aha, ist schon was Neues dabei? Das ist tatsächlich... Ah, okay, da nicht. 100 MHz Prozessor. Speicher 64 MHz. Machen wir das einmal. So. Ein neues Video, schön. Ach, dürfen wir jetzt nochmal teleportieren, wenn du da drauf hängst. Aber jetzt nicht. gut. Der eiternde Abgrund. Aha. Die ist wieder mei, mei. Auf einen Grafikstil kommt Kampas Ikona. Ja, schon. Aber ich hab schon ein bisschen Bammel vor Baldur's Gate 3. Zeitfresser wahrscheinlich, ja. Oh, ja tatsächlich. Jetzt siehst du am Radar auch die ganzen... ...orangen Bubbles. Das sind aber jede Menge, nicht mehr Arsch. Hä? Bei mir. Wenn du Z druckst und scannst. Ah, okay. Brauchen wir ja. So, wo muss man jetzt für die Quest hier da... Hä? Hä? Ich hab's, ich hab's da auch mit dran. Du hast gesagt, mach nur. Hä? Hä? Ich mag's aber eigentlich mehr mit Peitschen. Genau. Jetzt hast du zwar so gelbe Leisten. Ja, genau. Äh, hm? Nein. Oh, woi. Ist schon praktisch jetzt, hä? Schwuch. War's... War's sinnvoll? Ach, die müssen wir noch weiter auf, irgendwie. Oh, Zombie. Zombiefliegel. Äh, äh, äh. Ja, ich hab die gar nicht gesehen. Scheiße. Du hast ihn wieder hingemacht. Ich komm ihn gerne an. Es gibt hier eine Schwanzerl da hinten. Schwanzerl schießen über lause Bier. Tch. Hehehe. Ähm. Achso. Ja. Wie geht's jetzt denn weiter? Oma geht's weiter. Oh, so ein Schleckviech ist auch da wieder da. Ja. Was haben wir da schon wichtig? Ja, ähm. Ich sag mal schon. Keine Ahnung. Da war man irgendwas auch nicht. Was hast du für sie? Shit. Wie hat man da wieder gescannt? Also. Tabulator. Da ist noch irgendwas drauf. Ja. Sprenger da unten. Wo war das jetzt wieder? Sprenger? Pistolen. Na, das sind die... Bombengranate. Vielleicht geht's mit denen ja. Ja. Ich hab's schon nicht hingeschmissen. Hm. Oh, war ja netzer. Ach, brauchst du wieder mit dem Stromding. Was wir noch nicht haben. Schaut aber interessant aus. Ach so. Ich hab' einen Bekannten ins Inventar. Aber das geht auch nicht. Komm ein Donner. Einen Schleim. Mei. Die teleportieren sich wieder. Aha. Kohlenstoff. Kann man immer brauen. Was ist jetzt das? Achso, nicht. Oh, leck, was man das Spiel wieder vergessen hat. Jetzt habe ich auch schon einen Hint gehabt, weil ich mir gedacht habe, das ist was Neues. Trebst du wieder umrum, oder unten? Hier oben bin ich noch. Jetzt ist mir gerade etwas aufgefallen. Jetzt zufällig. Reiner Zufall. Liegt da auch noch an den Mineralien vorbei? Oder haben wir das jetzt eingebildet? Ich beiß mich in deinen Plan ein. Ich meine, die Säule zum Leuchten braucht mit dem Ding. Achso. Was ist denn der Planeter, ey? Gute? Gute. 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 Das ist ein Special, weil die Säulen hat... wer weiß... Oh je... Also die Reichweite haben es definitiv erhöht von den Karten. Kombiniert erinnert, dass das letztens auch schon so war, auch die Entfernung. Keine Ahnung... Irgendwas werden wir schon gemacht haben. Großgenieur war ja der Patch. Das ist besser so... Wir müssen nicht gucken, ob ich fliege. Ich habe das Gefühl, ich bin nur bei Hell, oder? Ja... Schmeiß jetzt auch mich. Der hat die Brechen... Macht da andere Töne! Ich glaube, da passiert scheinbar nichts. Das ist... und er träglich hell wird er immer mehr nach keiner ahnung es ist wahrscheinlich überhaupt nichts wir hängen uns da drauf ich habe wieder Mineralien reingesammelt dein Fischkönig da scheiß doch was scheiß denn der nix gescheits gleich wieder angreifen der ist zu mir her das war jetzt reine selbstverteidigung aber das mit dem doppelhupfen ist nicht schlecht könnte ich sogar mal nicht abstürzen ja das glaube ich nicht ich auch nicht da hinten geht es auch noch weiter ich glaube da waren wir aber schon ich glaube auch von der anderen Seite schaut ziemlich pikant aus das Auge wieder ich gehe es gerade oben wieder so kann das wissen gute Idee ach so ja stimmt du musst jetzt Wurzeln finden oder was dann ich gehe es auch noch was ist das das sind auch noch oder als Sürßen hinter dir ich weiß schon was ich die Bitte da aufkrieg und auf zwei augen ist das ist meine Aufgabe Feuerwerk zu machen naja, wie kriege ich den jetzt gleich? na, gar nicht, erst bin ich ja wieder... ...erleidig oh, das hat weh da ich glaube die müssen wir weiter weg müssen wir uns da sneaky ausschleichen die ganze Welt springen schweiße ey du Fisch, nerv mich nicht da ist ein Blutsch der mit ihm dass er so erzürnt ist da wird bloß Healer auffahrt da muss ich wieder ich glaube der muss sich erst beruhigen ich schaue mal ob er sich beruhigt oh, das ist ja wieder da das Bewegungsmuster erkenne schweiße schweiße fast hm, geh jetzt geh jetzt geh kann man im Gras verstecken du hast ja mit 10 tukst den der Fisch hat mich angeschissen der Fisch hat mich angeschissen das scheint zu funktionieren jetzt haben wir gleich wieder meine Legierung für fast aber doch sonst haben wir da nix mehr jetzt Questziel haben wir immer noch nix da ich hab da mal eine Seilbank gesehen vielleicht sind wir da noch nix reif da ich bin der jumprun Experte da da ja hä 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 das war unser Fahrewand da war ich nicht schuld wie er die Rabe gesegelt ist mit dem Rauch das ist ja das ist ja das ist ja der offizielle Weg wahrscheinlich okay oh jetzt geht's ein wenig weiter mit dem Motto ah nein gut du bist ein wenig zu weit oh gut du musst es wieso nicht die Weltmeid naja mal so ein Pustekuchen ja noch vielleicht braucht man ja bloß ein geheimnis geheimnis ja das wird sein das wird sein hopp 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 hopp